Herzlich willkommen zum neuen Video. Es gab ja schon ewig kein neues Video, weil wir einfach keine Strecken offen haben und Schwarzfahren ist so eine Sache. Das darf man ja sowieso nicht, aber ich meine, sollte jetzt ein Unfall passieren, wenn man draußen unterwegs ist und man kommt ins Krankenhaus und dann glaube ich, dass man da noch mehr Stress bekommt als sonst. Naja, wir haben jetzt einen großen Garten und wir sind noch nicht mal eingezogen ins Haus, aber ich glaube, ich mache mir jetzt schon bei den Nachbarn ein bisschen unbeliebt, weil wir bauen jetzt ein paar Sachen im Garten, kurz. Ich will unbedingt ein bisschen Moped fahren. Ich habe hier diesen Glotz und da muss ich mal schauen, was ich daraus baue. Ich habe noch ein paar Euro-Paletten. So, das haben wir super knapp. Also, der Baumstamm hält. Die Palette ist eine Kacke und das Ding zum Balancieren hat überhaupt nichts Kaltes. Ich fahre noch einmal und dann packe ich alles wieder zusammen, bevor es noch Stress gibt. Dann. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017